Hallo bei Musik-Marine, Nicolai hier von der NM-Show 2013. Gestern haben wir euch schon gezeigt, wie voll es in den Gängen ist. Und ich habe da schon erzählt, dass manchmal was abgesperrt wird, weil eine Signing Session unterwegs ist. Also dass eine Autogrammstunde läuft. Wir sind hier bei Yamaha und hier läuft auch gerade ein. Die Leute stehen draußen vor dem Saal einmal rum. Und hier sind alle Artists von Yamaha. Es ist alles Schlagzeuger in dem Fall. Und die sitzen da ganz fleißig und müssen schreiben, 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 schreiben. Ja, also es lohnt sich auch für die Fans mal hier vorbeizukommen. Und sich ein Autogramm zu holen von einem oder dem einen oder anderen Künstler, den man so klasse findet. Hier sind sie alle da. Das war's von uns. Wir machen sofort weiter. Gleich gibt's wieder Produktnews.